Aschenbrödel! Aschenbrödel! Warst du etwa im Wald? Hab ich nicht gesagt, du bleibst hier. Widersprech mir nicht. Verwillnt bist du. Schuld daran ist nur dein Vater. Ich hätte das niemals erlauben dürfen. Tiere, die man nicht essen kann, schießt man nicht! Sagt wer? Ist das etwa dein Wald? Deiner jedenfalls nicht. Du bist ganz schön vorlaut. Was ist denn das? Doch nicht etwa eine Einladung? Zum Ball? Diesen Ring wirst du dem Mädchen, das du wählst, überraschen. Wenn nicht, suche ich sie für dich aus. Sieht mir in die Hände gefallen. Ausatmen! So sieht man sich wieder. Was? Nein! Was? Ginglieder! Ginglieder! Untertitelung des ZDF, 2020